Ja und so herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's nach diesem kurzen Auftrag mit LizzyWizzy. Ich bin gespannt wohin das führt mit ihr und ob sie nicht wirklich am Schluss zum Cyberpsycho wird. Wäre gut möglich. Sie kam zumindest so ein bisschen rüber als ob sie irgendwie zu viel gefallen an diesem Unfall hatte, könnte man sagen. Und dann machen wir das jetzt mit nichts, was wir eigentlich zuerst machen wollten. Das ist nur noch 400 Meter entfernt, von daher gehen wir da hin. Ich habe zuerst besucht, die FPS wieder ein bisschen stabil hinzukriegen. Und es scheint zumindest bisher geklappt zu haben. LizzyWizzy, du hast eine Überweisung erhalten von Unbekannt. Danke Herz! Immer wieder gerne, du musst vorsichtig sein, okay? Ich mache mich Sorgen um dich. Okay, kommt nichts zurück. Deine Bonus-Datei erfolgreich übertragen. Du hast eine Überweisung erhalten von Unbekannt. Einfach unglaublich, so ein Stück Scheiße. Ich überweise dir dein Geld. Wir werden ja sehen, was mit dir passieren wird. Was ist mit deinem FPS los? Heute läuft das Spiel absolut gar nicht gut. Ja, moin, 7 FPS. Ach du Scheiße. Was ist denn da los? Ich weiß, dass ich... ...was alles anhab. Aber... ...alte schläft das nach. ...übersprungene Frames zählen Prozent. Okay, irgendwas ist gerade gar nicht gut. Ich glaube, mein PC hat gerade ein bisschen Probleme. Okay, auf jeden Fall kann man so nicht spielen. Ich mache hier kurz einen Cut. Wir sind gleich wieder vielleicht. Mal schauen, ob ich das irgendwie gefixt kriege. Kurz einen Moment. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mal OBS neu gestartet. In der Hoffnung, dass das geholfen hat. Wir müssen irgendwie rum. Ach, da war einer, Mann. Irgendwo müssen wir runter. Hinten durch und dann runter. Ach so, das ist im Afterlife, glaube ich. Yes. Im Afterlife. Da waren wir lange nicht mehr. Geändert hat sich wahrscheinlich gar nichts. Danke sehr. Ja, FPS. Und Druck hat es immer noch. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ready for the next one? Oh, sie ist wie ein Traum. Full tank, tuned up, body polished to a sheen. Never a bit more ready. Ich habe mich gefragt, über dich, Claire. Not your beast. Ja. Ich habe mich gefragt. Wie ist die Afterlife? Working hier, ich meine. No real complaints. Fights are rare, und wenn sie passieren, sie sind überquick. Killer clientele, am ich richtig? Your words, nicht meine. Mrs. Bumin, ich hoffe. Sein es selbst. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und wir sind hier, wenn sie tun. Ich kann es nicht. Ich habe mich gewonnen. Ich habe einen Platz. Das Chulo-Bull mit dem Bun? Ja, ich bin froh. Ich habe mich gehört. Erinnerst du ihn? Der Recipe? Vodka on the Rocks, Lime Juice, und Ginger Beer. Und ein Splash of Love. Das ist richtig. In der Drink's Name. A Jackie Wells. Genau. Well, the first Jackie Wells is on me. Thanks, Claire. No problem. Just holler if you need anything. Na, danke. Tschüss. Na, schon eine Gerstelle. Dann Jackie Wells skippt es auf den Menü Karchen. Hey, Nix. V, baby, listen. Got a yarn for you. Quick Biz, that is. You're interested? So, dann können wir Sachen kaufen. Oder verkaufen. Ich meine, alles Grüne und Weiße können wir wegmachen. Das brauche ich nicht mehr. Haben wir wieder mal irgendeine Smart-Waffe eingesammelt, die wir gar nicht brauchen? Die hier. Na gut. He used Mr. Stud cheap. Now, I'm a serious man, V. And serious matters are what, if not all, that concern me. Somebody's selling a book of spells. Edition dating from before the first net crash. Now, you know a thing or two about that, don't you? Like, how much that soft could run you and earn you. You want me to clop it for you, don't you? Uh-uh. No clipping required. Just buy the damn thing. Reimburse your twofold. Sending me out to do your shopping? Want a case of nycola with that? Algae chips? Think on it, V. A treasure, and someone's willing to part with it. Now, who does that? The hard up, V. And desperado's got this unsavory side. They're unpredictable. One word off their mood, and they reach for their heat. That's why I need you to meet the cellar. You've got heat at the ready. Okay, logisch. Okay, well do. That's my girl. Zipping you to deets on the cellar. And luck be with you all the way. I hope you don't see me. That's nothing. No contact, Vino. I hope you don't know. noch FPS-Bikes. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe uns gleich die Karre hier. Reno. Nix. Art & Outtruck. Ich habe einen Job für dich. Komm mal vorbei, wenn du Zeit hast. Nix, Alina schickt die Koordinaten. Komm allein, ich habe alles im Blick. Versuche nicht mich zu überraschen, würde die nicht gut kommen. 1,7 km. Ja gut, dann ab dahin. Sollte mit dieser Karre eigentlich ziemlich schnell gehen. Und fühlt sich auch ziemlich gut. Ich bin gespannt, ob da was passieren wird oder nicht. Wahrscheinlich schon wieder. Die Cyberpunk kennen. Holy shit. Nicht wirklich, ich habe die Person getrashed. Muss der so sein. Muss ich kurz ein bisschen aufpassen, dass mich die Polizei nicht kriegt. Code Zero. Okay. Code Zero in this area. All units resumen normal duties. Kinderspiele. Vielleicht sind die da auch schon da. Ich weiß nicht, was mit dem FPS los ist. Im Hintergrund läuft eigentlich nix. Von daher sollte eigentlich... Es ist eigentlich alles gleich. Ich habe auch keine Mods dazu geführt oder so. Aber es läuft unglaublich schlecht. I don't know. Ich mache nachher gleich mal eine Aufnahmepause. Schauen wir das Ganze an. Ob doch irgendwie vielleicht eine Mod aktualisiert werden muss oder ein Grafiktreiber oder so. Mal schauen. Uh, ja. Spellbook. You got it? What the hell is this? Hä? Wait. Na fuck. Hätte ich das jetzt nicht, äh... Jetzt haben wir die Zeit. Ich lad mal neu. War grad ziemlich weird. Ich hab das Ding bloß gescannt, weil es mich interessiert hat. Und dann rastet die einfach so aus. Okay, da sind wir wieder. Ich sehe dich. Äh, ja. Ich meine, nichts zahlt uns das Doppelte, hat er gesagt. Na dann. Reiner schickt die Koordinaten. Nehmen wir die Wade aus dem Besteck. Das wird falsch laufen. Ich hab da was im Gefühl. Reiner. Diebstahl, Cyberdiebstahl, Körperverletzung. Wenn die wegen Diebstahl gesucht wird, Dann... Dann... Wärten wir wahrscheinlich unsere Wahl nicht zählen. Ja, sie steht zumindest noch da. Wir müssen da rumziehen. Lass mich raten, da ist bestimmt gar nichts im Versteck drinnen. Okay, wir wurden nicht verarscht. Ein Grimoire. Ach du meine Güte. Auch wieder irgendein Code. Sicherheit hacken. Ich speichere vorher mal. Dann schauen wir, ob wir das Ding hacken können. Wenn ich es denn wieder finden würde. Manchmal wäre hier noch so eine Suchleiste gut. Unbeschriftet der Braindance. Das Grimoire. Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Wir können das Ding nicht nochmal anschauen. Zum hacken. Also sorry, aber solche Sachen sind einfach... Unnötig und doof. Öffne das Splittermenü und entflüsse das Grimoire. Im Splittermenü? Äh, die Splitter waren wo? Ich komme dann manchmal so durcheinander mit diesen ganzen Menüs. Ja, wo war das? Was? Halt, da gibt es einfach so viel Text zum Lesen. Braindance. Braindance. Titzen. Artikel. Broschüren. Kann ich... So muss man das über das Splittermenü machen? Verschlüsselt. Grimoire. Hecken. Ich hoffe es klappt bei mir. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scheisse. Ähm. Ich glaube ich habe jetzt so wenig Puffer. Ähm. Ähm. Wir könnten natürlich BD E9 BD 5, 5 und dann wird es damit F. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Es reicht niemals um das zu hacken. Können wir damit noch war... Ich hoffe es. Wir haben einen Vorteilspunkt. Wir können das Ding eigentlich bloß erweitern, wenn wir hier einen anderen Zugangspuffer haben. Ich glaube, das sind die Speicherkarten, so die acht Stück. Ne, vier. Haben wir irgendwas, was die Speicherkapazität verringert? Wahrscheinlich schon, oder? Wir müssen hier was Neues kaufen. Ich glaube, von der 1000 würde ich mal den nächsten Ripper-Doc aufsuchen, der gleich um die Ecke ist. Um zu schauen, ob wir da irgendwie was machen können. Damit wir das Grimoire hacken können. Weil mich das schon ziemlich interessiert. Äh, das Auto habe ich geparkt, aber es ist nicht mehr hier. Wird die noch angezeigt da oben? Mal schauen. Okay, weg ist sie. Ich gehe mal kurz zum Ripper-Doc. Und schau mal, ob der uns irgendwie helfen kann. Wahrscheinlich kann ich zwar auch nix das Ding hacken. Aber mich würde es ja selber auch sehr interessieren, was da drin steht. Oder was es überhaupt ist. Bevor wir da jetzt einen Fehler machen, gehen wir kurz zu ihr. Du kennst hier? Du kennst dich? 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 Ich weiß nicht. Ich weiß. Aber er ist schwer zu vergessen, wenn du ihn kennst. Primm. Ja. Nichts wie servieren auf einen Howler, der erste Mal du kennst jemanden. Talk zu ihm. Du denkst, es ist falsch zu sprechen? Die Wahrheit? Wahrheit oder nicht. Es war verrückt. Hurtful. Was würdest du sagen, wenn es nicht ein Fehler ist? Ah, und das ist warum ich liebe travel. Words. Wir denken, wir wissen, wie wir sie benutzen. Aber dann gibt es ein Kontext. Also, wir beginnen in dieser Biss? Nein. Ich gehe in dieser Biss. Ich fange in Irkutsch, Leningrad, Viena, und Glasgau. Ich dachte, es wäre Zeit, eine Nachtstadt zu versuchen. Mein Onkel hat mir den Shop, weil es mein Geburtstag war. Ich bin 30 Jahre alt. Ich sitze hier und arbeite, bis ich Angst bin. Die ist viel rumgekommen. Jakutsch ist übrigens, glaube ich, der kälteste Ort der Welt. Irgendwie mit Minusgraden von 75 Grad oder so. Ziemlich interessanter Ort. Müsst ihr euch mal anschauen und googeln. Okay. Hast du etwas, das mich interessieren könnte? Letztens war hier in der Übers. Hm, da können wir einfach das gleiche nochmal. Neue Implantate. Ich weiß halt nicht, was uns hier runterzieht. Eigentlich sollten wir... Gibt's da was mit mehr Speichelpunkten? Oder kann man das irgendwie erhöhen? Acht. 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 Also ich glaube, dass es diese... Acht. Wir haben hier Kategorie 5. Ikonisch. Nettwatch, NetDriver, MK... Was passiert, wenn man den upgradet? Minus 20% Rückverfolgbarkeit, 50% Speicherkosten, das ist der gleiche. Ja gut, wie machen wir das jetzt? Quack Hacks. Nope. Zugangspunkte? Nope. Nope. Ich bin gerade ein bisschen ratlos hier, dass wir diese Punkte erhöhen können. Ähm, ich mache kurze Pause, wir sehen uns gleich wieder. Keinen Moment, bis zum nächsten Mal hier bei Cyberpunk 2077. Tschüss! Ich habe dich. In 2077, die Votten für meine Stadt die schlimmste Ort zu leben, in Amerika. Hauptprobleme sind die Höchstenswert der Verbrechung, und mehr Menschen leben unter der Pobenz-Line als woanders. Or else. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020